Ich stelle mir vor, ich stehe auf einer Wiese. Ich sehe den frühen Morgennebel, der über den Grashalmen und den noch geschlossenen Blumen steht. Ich bemerke, wie sich der Morgen am nahen Horizont ankündigt. Die Sonne beginnt langsam, ihre morgendliche Kraft zu entfalten. Und ich spüre ihre Wärme auf meiner Haut. Ich atme tief ein und aus. Ein und aus. Ich spüre, wie mit jedem tiefen Atemzug immer mehr Ruhe in mich und meinen Körper einzieht. Immer tiefer und tiefer. Durch meine Brust. Weiter. Durch meine Arme. In meine Finger. Bis in meine Fingerspitzen. Durch meine Hüfte. In meine Beine. In meine Füße. In meine Zehen. Bis in meine Zehenspitzen. Und je ruhiger ich werde, desto tiefer gehe ich. Und je tiefer ich gehe, desto ruhiger werde ich. In der aufgehenden Sonne. Sehe ich eine wunderschöne Blume. Sie spürt die wunderbare Kraft des Lichts und streckt sich ihr wohlig entgegen. Ich fühle unsere gemeinsame Verbindung. Ich werde immer mehr zur Blume. Ich bin einfach diese wunderschöne Blume. Ich spüre die Sonne und den immer noch kühlen Morgennebel. Ich fühle und spüre mein prächtiges Aussehen. Ich fühle meine Farbe. Rieche meinen lieblichen Duft. Die Sonne steigt immer weiter. Am Himmel empor. Ihre herrlichen Strahlen bringen Licht und Wärme. Wärme und Licht berühren mich. Ich fühle einfach diese Berührung. Wärme und Licht berühren mich. Wärme und Licht berühren mich. Wärme und Licht berühren mich. Meine Blüte öffnet sich der Sonne. Sie nimmt freudig das Licht in sich auf. Ich bin die positive Blume, heiter aufgerichtet und der Sonne zugewandt. Ihr Licht fließt zu mir, fließt in mich hinein. Ich spüre, wie ich es einfach aufnehme. Da sein und fühlen. Einfach fließen lassen. Und ohne weitere Gedanken sich den Gefühlen hingeben. Denn das Licht fließt von ganz allein. Es gleitet von ganz allein in mich hinein. Herrlich. Ich lasse es einfach geschehen. Ich lasse mich von dieser fantastischen Strahlung ausfüllen. Ganz langsam löse ich mich. Ich lasse mich nun von der Blume. Immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Und komme wieder. Ins hier und jetzt. Und dieses herrliche Licht lasse ich in mir ruhen. Es füllt meinen Körper aus und erleichtert meinen Geist. Ich fühle dieses positive, stimulierende Licht, das mich umgibt wie mein eigenes Karma. Ich bin hier. Zurück. Bei mir. In meinem Selbst. Ich kann mich leicht bewegen. Ich nehme noch drei tiefe Atemzüge. und öffne dann meine Augen. Ich bin hier. Ich bin hier. In meinem Selbst. Ich bin hier. In meinem Selbst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020